heute geht es um online marketing dieses video dreht sich also einzig und allein um die frage wie geht eigentlich ein online marketing manager vor was sind die einzelnen prozesse also dieses video enthält noch keine konkreten tipps wie man mit den einzelnen tools umgeht wie man die einzelnen methodiken anwendet das folgt alles in einem späteren video heute befassen wir uns also mit dem grundlegenden prozess also was sind die schritte wenn ich ein startup habe und dieses business online sichtbar machen möchte man analysiert klassischerweise hierzu für wichtige entitäten das sind einmal die kompetitiven keywords auf die mein web auftritt bringt der markt in dem ich mich bewege meine wettbewerber und zu guter letzt die zielgruppe am schluss arbeitet man dann ein maßnahmenkatalog in welchem man konkrete tätigkeiten festhält die man dann im rahmen seiner online marketing kampagne umsetzt dann steigen wir einfach mal ein in die sogenannte keyword analyse die keyword analyse ist der erste einstiegspunkt nicht wie viele vielleicht meinen die marktanalyse denn ich muss erstmal wissen auf welche schlüsselwörter ich überhaupt ranken möchte in meiner online marketing kampagne damit ich im nachhinein beurteilen kann wie stark meine konkurrenten sind und da unterscheidet man zunächst einmal zwischen drei arten von keywords und das sind einmal die information keywords information keywords sind suchbegriffe die die antwort auf eine konkrete frage liefern das kann im technischen umfeld klassischerweise eine fehlermeldung sein oder eine problematik die lösen möchte beispielsweise wie starte ich einen linux server neu das können aber auch fragen sein wie was ist aktuell im sommer 2018 in der mode angesagt welche songs sind gerade in den charts und so weiter das sind solche fragen die suchende gerne bei google eingeben um fragen beantwortet zu bekommen und das sind auch die ersten suchbegriffe auf die man sogar als unternehmer sie spezialisieren möchte denn das ist ein sehr früher zeitpunkt wo ich meine potenziellen kunden abholen kann und das sind in der regel auch die ersten fragen die sie sich stellen bevor sie sich überhaupt über produkte informieren die mit der thematik zu tun haben danach kommen die sogenannten transaction keywords und die signalisieren eine deutliche kaufabsicht des suchen das bedeutet sie enthalten ganz konkret eine suchanfrage nach einem produkt oder nach einer dienstleistung das wären zum beispiel suchbegriffe wie laufschuhe männer rot gelände das sind dann solche suchbegriffe das heißt da ist ganz klar sichtlich dass jemand ein produkt oder eine dienstleistung erwerben will und das unternehmen diese transaction keywords ja oder wenn jemand gezielt nach einem online kurs sucht oder sowas in der art dann sind das transaction keywords und auf diese art von keywords will ich als unternehmer oder als data mich einfach optimieren nachdem ich den kunden ursprünglich in form von information keywords abgeholt habe danach zu guter letzt kommen die sogenannten navigation keywords und die sind sinnvoll wenn meine marke bereits bekannt ist auf dem markt ich habe mal ein paar beispiele rausgenommen zum beispiel ich bin ja auch als sap berater unterwegs und wenn ich da bereits bescheid weiß dass ich im sap help portal zu sap hana schon einmal etwas sinnvolles gelesen habe mir fällt allerdings die url nicht mehr ein dann gebe ich in die google suchmaske ein sap hana help portal und bekommen dann die url zum help portal angezeigt und finde dann dort das was ich ursprünglich mal gefunden habe schneller wieder häufig sucht man dann auch direkt nach der top level domain oder man sucht nach einzelnen artikeln die man noch in erinnerung hat ach ja da habe ich doch mal was gelesen auf was weiß ich die smarter d oder da gab es doch irgend so einen online kurs auf youtube.com das sind dann diese navigational keywords und diese suchphasen bestehen genauer gesagt aus einzelnen kleinen keywords aus bestandteilen das heißt eine suchphrase die eingegeben wird besteht in der regel aus mehreren komponenten und die vorderste komponente ist die sogenannte head komponente sind in der regel ein bis zwei wörter in unserem beispiel hatte ich einen kunden im bereich ketogene ernährung der dort einen online kurs anbietet und da haben wir jetzt eben hier eine matrix aufgebaut mit der man solche suchphasen zusammenstellen kann und das head keyword kann zum beispiel sein ketose ist dann ein ein wort umfassendes head keyword es kann aber auch so etwas sein wie low carb im rahmen einer keyword analyse habe ich damals festgestellt dass sehr viele suchende die auf ketogene ernährung stoßen ursprünglich über ihre suche nach low carb oder no carb diäten kohlenhydratarm diäten auf dieses thema kommen und daher ist zum beispiel in dem bereich auch low carb ein sehr wichtiges head keyword dann gibt es body keywords das sind dann sozusagen die unterkategorie das bedeutet ich so nicht mehr nach laufschuhen sondern ich suche nach laufschuhen für männer oder ich so nicht mehr nach sap hana sondern ich suche nach sap hana administration und zu guter letzt kommen die long tail keywords das ist dann zum beispiel wenn ich zur sap hana administration gezielt eine pdf datei suche und wie ihr seht gelingt es hier in der matrix jetzt mit den meisten wörtern sinnvolle suchphasen zu bilden bei einigen macht es keinen sinn und ihr werdet auch merken dass einige der keywords orthografisch einfach nicht ganz korrekt sind ja ketonisch zum beispiel aber das sind halt nun mal solche keywords die die suchen letztendlich in die in die suchzeile eingeben das bedeutet das sind im endeffekt wörter die tatsächlich gesucht werden auch wenn sie jetzt nicht unbedingt mit dem duden vereinbar sind gut wenn ich meine keywords analysiert habe also weiß auf welche suchphasen meine wettbewerber sich optimieren dann wird es zeit für mich den markt zu analysieren und da beginne ich in der regel mit der marktgröße das bedeutet der investierende das startup will ja wissen ob es sich lohnt in einen bestimmten markt zu investieren das bedeutet man will wissen wie viele kaufwillige interessenten gibt es denn da wie viele interessenten gibt es überhaupt und da analysiert man in der regel mehrere quellen ja die klassische quelle ist so die google suchmaschine und heutzutage gibt es mehrere kanäle die man die man dazu analysiert unter anderem social media wie facebook instagram aber auch videoportale wie youtube und vimeo vimeo vor allem im professionellen und künstlerischen bereich wenn der kunde oder das startup darüber nachdenkt beispielsweise ein podcast zu vermarkten werden auf einmal kanäle wie spotify interessant und beim shopping natürlich amazon und auch lokale online shops und bei in meinem konkreten fall ging es eben um einen online kurs das heißt ich habe mir auch die marktgröße auf online educational plattformen wie udemy teachable und kursera angeguckt und das suchvolumen und das anfrage volumen auf all diesen plattformen zusammen bestimmt die marktgröße für diese thematik und in so einem markt gibt es klassischerweise zunächst einmal marktchancen das ist einmal der anteil zahlungswilliger marktteilnehmer das bedeutet mich interessieren hier vor allem die transactional keywords denn nicht alle suchenden die sich für ein thema interessieren und in im laufe eines monats suchanfragen stellen sind unbedingt dazu bereit ja produkte oder dienstleistungen in diesem sektor zu erwerben ja nur weil ich mich mit ketogener ernährung auseinandersetze heißt das noch lange nicht dass ich dazu bereit bin für einen online kurs oder ein ebook geld auszugeben das bedeutet mich interessiert der anteil der interessenten die wirklich ganz konkret nach produkten suchen das soll nicht heißen dass es nicht möglich ist auch suchende davon zu überzeugen ein produkt zu kaufen obwohl sie es nicht explizit suchen aber dieser erste indikator wie viele denn gezielt nach transaction keywords tun ist ein wichtiger indikator dafür wie hoch meine konvertierungs zahlen in diesem segment sein werden dann interessieren mich der wettbewerb in den listings eine oft genutzte metrik hierzu ist die kostbar klick das bedeutet wie viel geld muss ich bieten oder investieren um bevorzugt von einem anbieter wie google auf einer bestimmten position gelistet zu werden je härter der wettbewerb desto mehr geld muss ich in die hand nehmen wie hart muss ich also kämpfen um mir gehört zu verschaffen es müssen aber nicht immer dollars sein die ich in die hand nehmen muss manchmal ist es auch einfach nur zeit weil ich einfach weiß dass meine wettbewerber sehr gut platziert sind sehr gute organische suchtreffer haben und dann will ich einfach wissen wie viel ich da investieren muss damit ich da auch gut ranke in den bereich dann interessieren mich die artikel und die preise die derzeit auf dem markt sind was können wir vor allem was kann ich als startup als unternehmer besser als andere es geht dabei vor allem darum unique selling propositions zu finden das bedeutet eigenschaften von meinem produkt oder von meiner dienstleistung die einzigartig sind um mich eventuell in nischen platzieren zu können nischen haben eben den vorteil dass der wettbewerb in der regel nicht groß ist wenn ich in den breiten markt eindringe habe ich in der regel einen hohen wettbewerb muss mich daher mehr anstrengen um mich dadurch zu setzen und in der regel heißt setzt man sich in einem etablierten markt nur nur durch wenn man neues zu bieten hat ganz konkretes beispiel ist das smartphone das war damals eine disruptive technik es gab damals zu dieser zeit fest etablierte hersteller wie nokia und siemens und was weiß ich montorola die in dem bereich der mobiltelefone etabliert waren und es ist apple damals als vorreiter nur gelungen sich durch sich gegenüber diesen etablierten marktteilnehmern durchzusetzen indem man eben neue unique selling propositions wie beispielsweise apps und künstliche intelligenzen bieten konnte und überall da wo es auf einem markt chancen gibt gibt es in der regel auch risiken und da untersuche ich als online marketing manager zum beispiel zunächst einmal die volatilität und da geht es um die unsicherheit des marktes auf basis von variablen und die klassische variable ist eine saisonalität das bedeutet ein thema ist nur zu einer bestimmten saison relevant und das klassische beispiel in dem bereich immer dann wenn es um ketogene ernährung oder fitness geht ist dass diese themen einen rapiden spike haben in den wintermonaten das bedeutet vor allem gegen jahreswechsel interessieren sich leute für diese art von themen das ist auch ganz logisch schluss zu folgern weil das ja die zeit ist wo die leute sich ihre neujahres vorsätze vornehmen es gibt aber auch ist mir aufgefallen bei der analyse einige kleine hochs in gegen ende des sommers also vor allem juli und august und da würde ich persönlich jetzt die einschätzung einfach mal vorbringen dass in der zeit die leute einfach die gestellten körper der anderen leute gesehen haben auf dem strand und im freibad und sich dann denken god damn das hätte ich auch gerne und deswegen kommt es gegen ende des sommers dann noch mal zu einem kleinen hoch aber das absolute hoch also quasi auch der günstigste zeitpunkt um in dem bereich werbung zu schalten sind tatsächlich die winter monate dann auch immer wieder sehr interessant zu analysieren ist die abhängigkeit von lieferanten und kunden ich schweife mal ein bisschen vom thema ab ich bin ja beispielsweise hauptberuflich auch sap berater und da ist es zum beispiel da bin ich zum beispiel sehr abhängig sowohl vom lieferanten der software also vom software hersteller sap das bedeutet ich als berater muss da sozusagen immer ein bisschen die richtung und die vision mitgehen die der software hersteller mitgeht und sollten die kunden sich dazu entscheiden der software von sap nicht mehr zu vertrauen und stattdessen zu einem konkurrenten zu wechseln es gibt ja zum beispiel etablierte software lösungen von microsoft microsoft dynamics oder was auch sehr stark im kommen ist salesforce das bedeutet wenn diese lösungen sich in meinem bereich gegenüber sap durchsetzen dann habe ich da stehe ich als berater vor der wahl entweder stur zu bleiben und den rest des marktes zu bedienen also die kunden die noch bei sap bleiben oder ich gehe mit dem markt mit und orientiere mich ebenfalls um darum geht es in dem bereich einfach gut als drittes gibt es eben zu analysieren die das investment in form von kapital und zeit darüber haben wir vorher auch schon in gewissem maße gesprochen das bedeutet wie viel zeit und geld muss in die entwicklung gesteckt werden das bedeutet ja wie viel muss ich denn investieren um mich auf dem markt etablieren zu können da geht es nicht nur um das investment damit ich gut ranke beispielsweise in den suchergebnissen sondern da geht es auch beispielsweise darum wie gut stehen denn aktuell die wettbewerber da ja ja also wenn es zu einer zu einem bedarf zu einem produkt oder einer dienstleistung wenn da die wettbewerber schon sehr gut aufgestellt sind das bedeutet sie haben sehr professionell gestaltete webseiten werbeanzeigen werde werbe videos professionelles marketing dann bedeutet das dass dieser bereich ist schon sehr wie ich jetzt einfach mal sage sophisticated und wenn ich da als wettbewerber mit reingehen will dann muss ich gleich ziehen das bedeutet ich kann nicht klein anfangen ich kann nicht low budget anfangen sondern ich muss rein investieren um da in dem markt mich gegen die wettbewerber behaupten zu können gut nachdem ich jetzt den markt analysiert habe gehe ich über in die wettbewerberanalyse das bedeutet ich gucke mir die läufe an die mit mir zusammen auf der tatanbahn sind und da gibt es traditionell vier phasen in der discovery phase gucke ich mir überhaupt an welche wettbewerber werden auf welchen plattformen gefunden das bedeutet ich schaue mir nicht nur meine wettbewerber an die beispielsweise in google treffer liste auftauchen und mir da quasi die lukrativen plätze in der suchergebnis liste wegnehmen sondern ich schaue beispielsweise auch auf youtube schaue mir podcasts an auf spotify schaue auf amazon ob es ebooks und audio books zu dem bereich gibt schaue vielleicht auf educational portalen wie cosera oder udemy und dadurch erkenne ich beispielsweise auch welche wettbewerber sehr breit aufgestellt sind also zusätzlich zu ihrem web auftritt noch ein youtube channel haben beispielsweise und ich erkenne welche wettbewerber sehr tief aufgestellt sind also in einem dieses segmente sehr gut platziert sind ich segmentiere diese wettbewerber nach verschiedenen kriterien das kann einmal die plattform sein auf welcher sie ja bevorzugt vertreten sind das kann aber auch eine einteilung sein nach dem prinzip ist es ein wettbewerber der mit mir um informational keywords konkurriert es kann zum beispiel sein dass ein privater blog von jemandem der das hobby mäßig betreibt mein größter konkurrenz im bereich der informational keywords ist denn ich versuche ja meine kunden schon dann abzuholen wenn sie sich erst über ein thema grundlegend informieren und dass das eigentlich ein wettbewerber ist der keine gewinnabsicht hat der keine werbung schaltet der keine produkte verkauft das bedeutet dieser wettbewerber hat keine gewinnerzielungsabsicht aber er ist der stärkste wettbewerber im bereich der informational keywords und bei den transactional keywords geht es dann generell um konkurrenten die versuchen dasselbe zu verkaufen was ich versuche zu verkaufen oder die ein anderes produkt oder eine andere dienstleistung verkaufen und damit nur indirekt mit mir in konkurrenz stehen beispielsweise wenn jemand auf amazon ein kindle ebook verkauft steht er nicht direkt mit mir in konkurrenz da ich einen online kurs zum thema ketogene ernährung anbiete und daher eine in gewissem maße andere zielgruppe anspreche online kurse haben die eigenheit dass sie in der regel ein bisschen teuer sind dafür den stoff schneller und komfortabler rüberbringen das bedeutet die zielgruppe die zu online kursen neigt hat in der regel mehr budget aber weniger zeit trotzdem konkurrieren wir miteinander um dieselben transactional keywords wir konkurrieren zwar nicht um ein long tail keyword das mit ebook oder online kurs endet aber wir konkurrieren um dieselben body und head keywords welche diese transactional keywords ausmachen dann ranke ich meine wettbewerber denn es kann sein dass ein wettbewerber in der suchmaschinenoptimierung sehr gut ist dafür in der conversion rate in der art und weise wie sie ihre kunden ansprechen in der aufmachung schlechter sind es kann allerdings auch sein dass ein wettbewerber eines ein sehr gutes conversion potential hat das heißt seine produkte sind sehr ansprechend seine webseite ist sehr ansprechend gestaltet er hat ein gutes potenzial er nutzt dieses potenzial allerdings aktuell nicht weil er nicht gefunden wird online ja weil eine schlechte suchmaschinenoptimierung hat und ich kriege mir einfach die wettbewerber aus die bestimmte sachen sehr gut können und schaue mir an wie ich diese wettbewerber schlagen kann ich nehme mir dann auch die best practices meiner wettbewerber raus wenn ein wettbewerber etwas sehr gut macht dann analysiere ich das und überlege mir wie ich das übernehmen und vielleicht sogar toppen kann und im laufe dieser vier phasen generiere ich eben wissen über meine wettbewerber und dieses wissen kann ich dann im anschluss in der praxis anwenden und zur bewertung meiner wettbewerber gibt es typische merkmale wir haben sie schon ein bisschen angesprochen das ist zum einen das verhältnis aus impressions das bedeutet wie viele ansichten hatte beispielsweise ein google listing und wie viele haben letztendlich drauf geklickt das müsste man beispielsweise gerne mit der metrik der click through rate das bedeutet wenn 500 leute nach ketogene ernährung suchen wie viele klicken denn tatsächlich auf den link der ganz oben steht auf der ersten seite das ist dann die click through rate für diesen ein link für die seine listing es gibt aber auch noch andere conversion rates ja es gibt zum beispiel noch die raten wie viele kaufen ein produkt und geben danach eine bewertung ab das bedeutet es gibt für verschiedene teilschritte für die sogenannten micro conversions gibt es verschiedene conversion rates dann gibt es sozusagen das content rating da geht es beispielsweise darum wie bewerten nutzer das angebot des wettbewerbers da geht es zum einen um klassische bewertungen beispielsweise auf amazon likes auf facebook und auf youtube und so weiter es geht aber beispielsweise auch um die bounce rate das bedeutet wie viele besucher klicken auf ein google suchergebnis schauen sich die seite an und verlassen die seite innerhalb von einer halben minute oder innerhalb einer minute bleiben also nicht lange auf der seite das ist nämlich ein indikator dafür oder eine hohe bounce rate ist allgemeine indikator dafür dass eben dieses angebot nicht sehr ansprechend ist das bedeutet diese seite liefert nicht das wonach die leute gesucht haben das conversion potential hingegen ist die art und weise wie das angebot des wettbewerbers gestaltet ist ja ein gutes conversion potential muss nicht heißen dass ein wettbewerber eine gute conversion rate hat weil gehen wir mal davon aus ein wettbewerber hat ein wirklich gutes produkt und präsentiert dieses produkt auch sehr ansprechend er wird aber sehr selten gefunden oder von den falschen leuten gefunden das heißt er wird er ist auf die falschen keywords optimiert er möchte weiß er hat beispielsweise eine website gebaut auf der ein produkt bewirbt und optimiert sich aber mit diesen mit genau diesen landing pages mit diesen seiten auf information keywords was passiert im endeffekt die benutzer gehen auf die seite in der hoffnung irgendeine frage beantwortet zu bekommen zum beispiel nehmen wir mal nehmen wir mal was anderes bleiben gehen wir mal in das thema schmuck was ist der unterschied zwischen platin und gold was ist besser für ein hochzeitsring oder trauring und sie wollen diese frage beantwortet haben und was sie finden sind ganz konkrete angebotsseiten in einem online shop wo es einfach nur darum geht die artikel in den warenkorb zu schieben diese besucher werden dann gleich wieder gehen obwohl die seite an sich sehr gut gestaltet ist das heißt das conversion potential sagt einfach nur wie hoch ist denn das potenzial dass wenn jemand das angebot betrachtet der auch wirklich am kauf interessiert ist dass der das dann dass der diese tätigkeit dann auch durchführt dann geht es um die social signals und das sind zum einen zwar auch bewertungen wie beispielsweise google my business eintrag youtube likes facebook likes und so weiter amazon bewertungen aber es ist auch zum beispiel die bounce rate und es sind andere social signals wie beispielsweise backlinks das bedeutet wie viele fremde portale verlinken auf die seite das heißt wie viele nutzer vertrauen dem dem angebot und der seite des wettbewerbers und verlinken deshalb drauf das ist auch ein wichtiger indikator um ein wettbewerber zu identifizieren und das letzte das sind die trends und division das heißt ich bewerte in gewissem maße wie aktuell ist denn der wettbewerber also wie ist denn die division des wettbewerbers beispielsweise wenn ich mir seo agenturen anschaue dann schaue ich mir an wie gut sind die denn aufgestellt in themen wie voice search optimization das bedeutet such anfragen die nicht mit der tastatur sondern über stimmeingabe gestellt werden denn das ist das nächste große thema im bereich der suchmaschinenoptimierung oder wie gut sind sie im bereich künstliche intelligenz denn irgendwann werden wir so weit sein dass der klassische online marketing manager keine tools mehr verwendet sondern dass das automatisiert durch künstliche intelligenz gemacht wird das heißt der kunde kauft nur noch das tool bindet das tun mit seiner künstlichen intelligenz an und die analysen geschehen selbstständig das heißt der online marketing manager macht in den nächsten fünf jahren vielleicht irgendwas anderes programmiert beispielsweise diese künstlichen intelligenzen und ich schaue mir an wie die anderen seo agenturen diesen bereichen aufgestellt sind und bewerte anhand dessen wie tagesaktuell oder zukunftsorientiert die wettbewerber aktuell agieren und das sind so diese typischen bewertungsmerkmale nachdem ich wettbewerber kategorisieren kann und nachdem ich meine wettbewerber analysiert habe gehe ich jetzt letztendlich in die zielgruppenanalyse ja richtig ich schaue mir erst meine wettbewerber an und dann erst meine zielgruppe und da wollen wir erst mal ein bisschen ausholen es gibt verschiedene phasen in die ich den potenziellen kunden ja bringen möchte als allererstes möchte ich ihn anziehen ich möchte seine aufmerksamkeit wecken damit er beispielsweise als unbekannter der eine suchanfrage bei google stellt aufmerksam wird auf mein listing auf mein such er geht auf das suchergebnis was meine seite dahinter im endeffekt verbirgt und ich möchte dass er darauf aufmerksam wird und mich besucht das heißt ich möchte dass der unbekannte zum besucher wird und wenn er dann erst einmal sich informationen holt über meine seite möchte ich dass er interesse gewinnt ich möchte ihn konvertieren ich möchte dass der interesse gewinnt an meinem angebot dann wird der besucher nämlich zum lied ein lied sagt im endeffekt aus dass ich eine opportunity habe eine gelegenheit jemandem von meinem angebot zu überzeugen und diese conversion vom besucher zum lied diese konvertierung schaffe ich eben indem ich ihm interessante informationen liefere ihn auf probleme hinweise die er durch meine produkte lösen kann und sobald er dann zum lied geworden ist versuche ich ihn durch interessante angebote durch vertrauen und durch ja einfach ein beweis von kompetenz zu überzeugen im endeffekt mein angebot wahrzunehmen und dann zum kunde zu zum kunden zu werden bei vielen klassischen marketing kampagnen endet die geschichte hier aber im in der new economy im heutigen online marketing wollen wir noch einen schritt weiter gehen auch wenn der kunde schon bei mir gekauft hat möchte ich dass er wieder kauft oder dass er mich weiter empfiehlt das bedeutet ich möchte den kunden begeistern und klassischerweise begeisterte ich kunden wenn ich noch neu auf dem markt bin indem ich andere charge oder an der bille und over delivery das bedeutet ich verlange weniger geld als ich verlangen könnte auf dem markt und liefere mehr als von mir erwartet wird das ist so die der erste schritt um ein kunden zum promoter zu machen denn dann sind die kunden begeistert in der regel ich kann das aber auch auf andere art und weise machen ja ich kann kleine goodies anbieten wie treue rabatte oder ein weiterempfehlungsprogramm oder ich kann zum beispiel ein testimonial austausch anbieten also auch kunden oder lieferanten also das geht jetzt nicht und es beschränkt sich jetzt nicht auf kunden sind daran interessiert testimonials von mir zu bekommen das bedeutet beispielsweise eine empfehlung oder eine success story klassischerweise vergebe ich testimonials an meine lieferanten das bedeutet der lieferant hat mir ein produkt oder eine dienstleistung geschickt ich biete ihm an dass er ein zitat von mir auf seine seite schicken stellen kann im gegenzug bekomme ich ein backlink von ihm das bedeutet er verlinkt auf meine seite und somit auf mein angebot und kunden biete ich in der regel eine success story an das bedeutet ich habe für meine kunden etwas geleistet und ich biete an auf ihre seite zu verlinken wenn ich dafür meine geschichte erzählen darf ja das sind so verschiedene angriffspunkte wie man einen kunden zum promoter machen kann der kunde wird auf einmal zum vertriebler und das ist sozusagen die der finale stand auf dem man einen kunden halten möchte das bedeutet wenn der kunde einmal auf diese an dieser position ist möchte man ihn dauerhaft auf dieser position halten beziehungsweise man möchte dass der kreis von neuen beginnt ja der kunde hat irgendwann gekauft ich durfte meine success story schreiben das bedeutet und der kunde hat mich vielleicht weiterempfohlen auf social media oder in seinem engen kreis das heißt er war ein promoter und irgendwann möchte ich dass der kreis wieder von vorne beginnt das bedeutet der kunde wird wieder von mir angezogen beispielsweise durch e mail marketing wird dann wieder zum besucher meines angebots wird dann zum lied und so weiter und so fort okay wichtig zu verstehen ist dass es verschiedene funnels gibt es gibt klassischerweise drei funnels funnels sind sozusagen kanäle auf dem weg zum kauf der erste fall ist der sogenannte awareness funnel und in diesem fall versucht der kunde in der regel ein problem zu lösen oder will sich darüber informieren ob er überhaupt ein problem hat und dann beginnt er damit informationen zu sammeln wir dieses problem lösen kann und vor allem mit welchen produkten welchen dienstleistungen ja der awareness funnel ist beispielsweise typischerweise die autozeitung ja wenn das alte der alte wagen schon langsam den geist aufgibt dann fängt man an sich gedanken zu machen ja was soll ich denn kaufen elektroauto kann ich noch eine diesel kaufen sollte ich vielleicht irgendwie lpg kaufen oder klassischen klassischen benziner was ist denn nun das richtige was löst denn mein problem womit kriege ich denn schwierigkeiten gibt es irgendwann ein dieselfahrverbot das sind informationen die ich typischerweise den awareness funnel packe und typischerweise trenne ich meinen awareness funnel von beziehungsweise ich optimiere meinen awareness funnel mit information keywords das bedeutet information keywords ich informiere über dieselfahrverbote über elektro über e mobilität über lpg autogas über autonomes fahren und so weiter und diesen awareness funnel den trenne ich in der regel von meinem ja von meinem funnel in dem ich den kunden dann letztendlich zum kauf animieren will also wo ich dann auf transactional keywords optimiere das hat einfach den grund weil das vertrauensverhältnis zum besucher gestört ist wenn er erkennt das ist jetzt auf einer seite die hat eine ganz klare gewinnerzielungsabsicht über ein paar egen kriegt man es dann doch häufig wieder mit einfach mal zwei beispiele ein beispiel aus aus meinem umfeld ja ich habe ja mein blog die meisten werden dieses video auch über mein blog sehen und mein blog der freak blog.com der ist eben komplett kostenlos das bedeutet da sind keine werbung da ist keine werbung drauf geschaltet keine affiliate links es gibt soweit es geht kein user tracking ich habe nur das simple user tracking durch die wordpress statistiken und google analytics aber ich habe kein facebook pixel oder sowas in der art am laufen das ist auch in insofern in gewissem maße mein versprechen an meine besucher ja es gibt hier quasi weitestgehend kein tracking es gibt keine werbung es gibt keine gewinnerzielungsabsicht all der ganz gesamte content auf der seite ist kostenlos und wenn der kunde dann interessiert ist kann er noch einen schritt weiter gehen und auf meine geschäftsseite gehen auf meiner geschäftsseite gibt es dann konkrete angebote und während mein blog klassischerweise auf information keywords optimiert ist ist meine geschäftsseite auf transaction keywords optimiert und noch ein anderes beispiel aus dem weiteren umfeld es gibt zum jahr zum beispiel den hersteller ült hier der dafür bekannt ist erdnüsse in gesalzene erdnüsse in dosen anzubieten und das ist mir in letzter zeit aufgefallen dass der hersteller eine marketing kampagne gestartet hat wo es um die webseite erdnüsse de geht und da werden dann so fragen beantwortet zu erdnüssen wie beispielsweise warum sind erdnüsse bei bodybuildern sehr beliebt und was dran erdnüsse zum mineralien haushalt bei und so weiter und so fort das ist der klassische awareness funnel das bedeutet der kunde weiß hier in der regel noch gar nicht dass er ein problem hat und das problem kann beispielsweise sein du nimmst zu wenige mineralien in deinem körper auf oder du bist vegan und nimmst nicht genügend proteine auf und die lösung ist quasi der konsum von nüssen da müssen eine gute proteinquelle sind und so weiter und so fort das ist dann dieser awareness funnel der ist abgetrennt von der corporate website von ült hier das ist eine extra website ein extra kanal erdnüsse de wo es nur um diese information geht im zweiten panel im consideration panel da geht es dann darum aus den verfügbaren lösungen aus den verfügbaren produkten zu wählen das sind dann klassischerweise diese testberichte refuse ja da geht es dann darum autos zu vergleichen das bedeutet jetzt beispielsweise wir gehen mal zurück auf das beispiel mit den fahrzeugen im awareness funnel hat sich der besucher noch darüber informiert was soll es denn jetzt werden soll es ein diesel werden benziner lpg autogas oder ein elektrofahrzeug dann hat er sich noch informiert was will ich denn brauche ich ein coupé ein kombi geländewagen und so weiter und so fort was ist denn aktuell im trend und danach guckt dass ich jetzt in dem segment was er im awareness funnel gefunden hat beispielsweise sagen wir mal im mobilität elektrofahrzeuge und sportwagen was gibt es denn da aktuell auf dem markt und dann fängt er an zu vergleichen ist dann dieser consideration funnel und in diesem fall sind natürlich zum einen typischerweise solche vergleichsportale stiftung warntest aber auch reviews auf youtube an boxing videos gehören auch in gewissem maße dazu aber auch die unternehmen platzieren sich in diesem fall in dem sie sich beispielsweise direkt mit der konkurrenz vergleichen das man die nicht unbedingt immer gleich selbst sondern vielleicht auch ein bisschen versteckt durch influenza die die produkte zugunsten eines unternehmens review und in diesem consideration fall werden die kunden die potenziellen kunden erfahrungsgemäß sehr stark beeinflusst im letzten fall im purchase fall da landet der kunde dann im endeffekt auf meiner corporate website auf meiner landing page wo er dann etwas erwerben kann eine dienstleistung oder ein produkt von mir und da geht es dann nur noch darum ihm alles zu liefern was er braucht um das angebot anzunehmen das heißt ich liefere im preistabellen ich fordere ihn zur handlung auf ich zeige ihm noch mal die vorzüge ich locke ihn mit rabatten und so weiter und so fort das und mache ihm den bezahlvorgang möglichst einfach und das ist dann im endeffekt der letzte verhandelt der purchase fall gut diese funnels kann man auf verschiedene art und weise ansprechen und ich nehme jetzt einfach mal als beispiel nike den schuhhersteller und im ersten fall im awareness fall wollen wir ein problem erkennen und bei nike wenn man einen nike stand auf einer messe besucht und oder etwas in der art dann geht es immer um just do it das bedeutet beispielsweise man hat da diesen messestand und man sieht da athleten das heißt es werden irgendwelche athleten gezeigt gesponsert die irgendetwas sehr gut können und die mentalität ist dein problem ist du bist noch nicht an deinem ziel du willst irgendetwas erreichen und nike kann dir dabei helfen ja das ist sozusagen das problem dein problem ist du bist noch nicht an deinem ziel und willst da erst noch hin und es wäre jetzt aus meiner sicht falsch jetzt zu sagen das typische problem das nike anspricht ist übergewicht denn nike ist eher ein premium dienstleister das heißt da kommen wir später noch dazu nike richtet sich an fortgeschrittene athleten die noch besser werden wollen ja aber es gibt natürlich auch viele laufschuhhersteller die dieses problem ansprechen du bist unfit das ist ein problem du möchtest gerne fitter werden und sport ist die lösung dafür ja der awareness fahndel sagt quasi sport ist die lösung für dein problem ja und das ist quasi die erkenntnis jetzt informiert sich der kunde vielleicht welcher sport ist denn der richtige für mich schwimmen basketball fußball laufen radfahren und das ist dann die erkenntnis die aus dem awareness fahndel mitnimmt im nächsten fahndel geht es dann darum die richtige lösung zu finden das bedeutet nike geht dann her nike geht dann her und sagt wir feiern großartige athleten und begeisterungsfähige sportarten und wir bieten jetzt beispielsweise konnte übers laufen das bedeutet im awareness fahndel ein fahndel weiter oben hat sich unsere person dazu entschieden ja laufen läuft für mich ganz gut ich habe da jetzt erfahrung gesammelt habe das drei monate probiert oder was weiß ich habe schon meinen ersten marathon gelaufen und ich möchte das jetzt professionell machen und dann heißt es jetzt eben wie schaffe ich es denn noch mehr aus meiner laufleistung rauszuholen und die antwort ist beispielsweise ein passender laufschuh und da liefert nike an der stelle in dem fahndel eben entsprechenden content zum laufen ja also egal ob das jetzt laufen ist oder fahrrad fahren oder schwimmen die sportart für die sich der potenzielle kunde entscheidet dafür wird content angeboten und da kommt dann immer schon so ein bisschen rüber ja ein ordentlicher laufschuh deine konkurrenten sind gut ausgerüstet deswegen musst du auch gut ausgerüstet sein damit du mit ihnen ja wenn mithalten kannst damit du mit ihnen wettbewerb treten kannst dafür brauchst du gute ausrüstung und im purchasing fahndel geht es dann letztendlich darum ja den kunden dazu zu animieren dass er ja dass er ein nike schuh kauft und da wird dann eben vermittelt egal für welche sportart wir bieten den passenden schuh für professionelle athleten und wir haben ein premium anspruch gegenüber unseren kunden also das spreche ich jetzt für nike das bedeutet wir bieten schuhe für erfahrene sportler die professionell in den wettbewerb gehen wollen ja das ist zum beispiel diese mentalität die da immer rüber kommen soll und da wollen wir jetzt mal ein kurzes beispiel durchgehen wie verkettet man denn diese funnels und da habe ich jetzt einfach mal ein fiktives beispiel genommen also das ist jetzt nicht ein youtube video welche sich in verbindung mit meinem kunden aus der ketogenen ernährung erstellt oder analysiert habe sondern ich habe den titel jetzt rein zufällig gewählt ich habe gesagt ich erstelle ein youtube video mit dem titel how to get lean for diet that works das bedeutet jemand hat das problem ist übergewichtig hat gesundheitliche beschwerden und möchte das verbessern ja und dann informiert er sich vielleicht erst mal über ernährung ja und in dem video kommt darüber hey übrigens wenn du ja gesund gesund leben willst und so weiter neben einer gesunden ernährung kann auch sport helfen und dann wird im video oder in der video beschreibung wird auf eine wordpress seite verlinkt wo es um ketogene ernährung und aber auch vor allem um sport geht und auf dieser wordpress seite wird zunächst so ein bisschen auf die ketogene ernährung eingegangen auf die vorteile dieser ernährungsform und dann der synergie effekt dass es wunderbar mit sport funktioniert und dann wird auf dieser website wird immer ein link platziert beispielsweise auf einen laufschuh der auf amazon angeboten wird oder eben auch wenn wir bei ketogene ernährung bleiben dann wird es da eben ein online kurs oder ein ebook über ketogene ernährung angeboten ja und so kann es im endeffekt laufen und zu guter letzt muss man noch neben den funnels noch im kopf behalten dass sich verschiedene wettbewerbe werber auf verschiedene kunden segmente konzentrieren man kann kunden nach verschiedenen segmenten einteilen ob das jetzt beispielsweise das lebensalter ist oder das budget und die kaufkraft oder die erfahrung und der anspruch häufig gehen verschiedene merkmale miteinander ja in synergie leben miteinander in synergie beispielsweise ist es so dass häufig das kunden segment erfahrung und anspruch das bedeutet je länger ein potenzieller kunde läuft desto hoher werden seine anforderungen an einen laufschuh genauso ansteigt wie das budget was er bereit ist auszugeben je länger jemand läuft desto mehr geld ist er dazu bereit für einen guten laufschuh auszugeben es gibt aber auch sachen die unabhängig voneinander sind beispielsweise ist das budget oder der anspruch nicht unbedingt ins verhältnis zu setzen mit dem lebensalter ja weil es unterschiedliche zeitpunkte gibt waren die jeweiligen potenziellen kunden mit dem laufen beginnen ja wenn jemand mit 18 jahren anfängt dann ist denn fünf jahren eben 23 und hat einen erhöhten anspruch und wenn jemand mit 70 anfängt mein gott soll es auch geben dann ist er 75 und hat diesen erhöhten anspruch und jetzt gehen wir einfach mal hier dieses beispiel durch ja also ich habe hier ein beginner der hat das problem er möchte sportlicher werden und hat für sich entschieden er möchte da deswegen mit dem laufen beginnen und diese art von kunden möchte häufig schnell und günstig einsteigen das bedeutet ich möchte einfach mal das für mich ausprobieren möchte gucken ob das das richtige für mich ist und deswegen haben diese art dieses kundensegment hat häufig wenig budget und wenig zeit das heißt es möchte schnell schnell anfangen und dafür möglichst wenig ausgeben und da ist es okay wenn der schuh nach drei monaten wieder kaputt ist dann gibt es die fortgeschrittenen die machen das ganze schon länger die wissen dass sie laufen längerfristig betreiben wollen und die haben beispielsweise kein problem unbedingt in dem sinne dass sie jetzt unsportlich sind sondern die haben ein ziel das bedeutet die wollen beispielsweise den ersten marathon laufen ich will den ersten marathon laufen und unter vier stunden und unter fünf stunden was auch immer und dazu brauche ich einen ordentlichen schuh fürs training und dann später auch für den lauf und da geht es dann meistens um ein gutes preis leistungsverhältnis die diese läufer wollen jetzt in der regel noch nicht zum typischen wettbewerbs läufer schuh der 250 euro kostet sondern die wollen was was lange hält was das training übersteht und haben jetzt vielleicht zum budget von 150 euro und dann gibt es eben die experten die wissen hey dass mit dem laufen das läuft für mich so gut und ich bin jetzt schon was weiß ich ein triathlon mit mitgelaufen und möchte das irgendwann professionell machen und ich habe hier schon ein funktions shirt das sind schon zwei logos drauf von irgendwelchen sponsoren und ich möchte da noch besser werden und die bei denen ist dann das budget nachrangig die haben ein sehr hohes budget und die wollen einfach nur top leistung ja die wollen mit ihren wettbewerber mit den anderen läufen läufern ja mit laufen die wollen der konkurrenzfähig sein und daher ist da der fokus auf die leistung eben höher gut arbeite ich am schluss ein maßnahmenkatalog aus und da gilt es im ersten schritt sich ziele zu setzen in der regel setzt man sich grob und fein ziele ein grob ziel ist zum beispiel ich möchte im ersten jahr einen bestimmten umsatz erzielen und damit ich diesen umsatz erzielen kann mein grob ziel erreichen kann muss ich mehrere fein ziele erreichen und ein fein ziel kann beispielsweise sein ich möchte dass ein bestimmter prozentsatz meiner seiten besucher meine produkte kauft ich möchte dass ein bestimmter prozentsatz meiner käufer mein produkt eine positive bewertung gibt ich möchte einen bestimmten anteil such aufrufen in abhängigkeit von such an fragen auf dem ganzen markt haben und das sind eben die fein ziele die mich auf diese grob ziele hinführen und dann arbeitet man im endeffekt maßnahmen aus ich habe jetzt mal ein kleines beispiel auf das pamphlet erstellt aus möglichen maßnahmen die dann in der regel im raum einer online marketing kampagne umgesetzt werden und diese maßnahmen im detail werden wir ihm später in form von anderen videos noch mal genauer durchleuchten und das hier sind eben einfach mal nur beispiele man erstellt also eine online strategie eine marketing kampagne und man macht sich gedanken wie komme ich denn jetzt ganz konkret an meine ziele ran gut das war es in dieser kurzen übersicht zu diesem thema und über die detail strategien werden wir uns den künftigen videos unterhalten wenn euch diese kurze übersicht gefallen hat geht mir vielleicht ein daumen hoch oder ein feedback wenn es euch nicht gefallen hat und dann sehen wir uns einfach beim nächsten video